Soll ich? Warte! Jetzt! Jetzt! Jo! Geil! Oh! Warte, ich komme, Kesha! Ja! Auf sieh! Sauber! Nicht schlecht. Der ist sogar richtig schön. Ja. Der sieht gut aus. Also alle sind ja gar nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ah! Ih! Okay. Also Leon, eine schönere Aufnahme gibt's nicht. Ja, super. Ja. Soll ich mal befreien? Ja, befreien du mal für mich. Ja. Ich hab's nicht so mit langen, dünnen Dingern. Ein Schelm, der Böses dabei denkt? Gar nicht. Auf keinen Fall.